Jo, hi, hier ist der Manuel vom Session und ich zeige euch heute von Ibanez die AR-230 in Ivory. 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 Jo, Ibanez AR-230. Und die AR- oder beziehungsweise Artist-Serie von Ibanez ist eine Gitarre, die sich, wie man schwer nicht erkennen lässt, an der Gitarre orientiert, die man von einer anderen Firma her natürlich auch irgendwo kennt. Das heißt, ihr habt natürlich eine Gitarre, die sich so ein bisschen an der Les Paul orientiert. Das heißt, ihr habt also eine Gitarre, die aus dem Maragoni-Korpus mit Ahornhals, das ist so ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, ihr habt also keinen Maragoni-Hals, sondern ihr habt einfach einen Ahornhals auch dran. Ein Palisander-Griffbrett drauf und jeweils drei Links- und Rechts-Stimmmechaniken, das man ja auch von einem besagten Vorbild irgendwoher kennt. Und ansonsten habt ihr zwei Humbucker am Start mit einem Toggle, die man natürlich in einer altbekannten Weise verschalten kann. Auch zwei Volume, zwei Tone-Portys und was eine Besonderheit an den Gitarren hier an der AR ist, ihr habt nicht nur eine Single-Cut-Gitarre, sondern ihr habt einfach eine Double-Cut. Das heißt, das, was so ein bisschen an einer vergleichbaren Gitarre, jetzt einer Les Paul oder so, mal vielleicht ein bisschen bemängeln kann, dass es eben ein bisschen schwieriger ist, dass man oben rein kann. Und das ist ja auch eine Tatsache, da beißt ja die Maus keinen Faden ab, sondern es ist einfach so. Eine Les Paul ist einfach obenrum etwas schwerer zugängig, als das bei anderen Modellen einfach der Fall ist. Ist jetzt unabhängig, ob es eine Stratt ist oder ob es eine andere Kopie ist oder sonst irgendwas. Diese Single-Cut-Form ist einfach, egal bei welcher Marke man guckt, ist einfach obenrum ein bisschen unzugänglicher, einfach weil der Daumen hier weiter vorne hängt, als dann der Rest von den Fingern irgendwo spielt. Und bei einer Gitarre, die auf sowas basiert irgendwo, aber dann halt eben eine Double-Cut ist, kriegt man das Problem halt einfach viel, viel einfacher in den Griff. Das heißt, ihr habt hier wirklich einen super Zugriff bis in die höchsten Lagen. Das lässt sich hier alles super geil spielen, ähnlich wie ihr das bei einer SG auch habt. Bei einer SG ist es auch so ein bisschen, dass ihr hier eben diesen besseren Zugriff bis ganz nach oben habt. Und ich habe hier wirklich die Hand ganz, ganz easy, ganz locker. Das ist also wirklich überhaupt kein Problem. Da irgendwie, ich habe hier nichts überstreckt oder überdehnt, ich kann einfach die Hand nehmen, zack, und bin direkt ganz weit oben. Ist natürlich so ein Feature, was viele anderen Gitarrenfirmen so ein bisschen unterscheidet von dem ganzen traditionelleren Kram. Und spricht natürlich auch in erster Linie Spiele an, die zwar gerne auf so ein bisschen wärmeren, dickeren, mittigeren, fetten Margoni-Ton irgendwo stehen, aber die halt eben genau diese Probleme mit dieser Bespielbarkeit haben. Auch der Hals bei der Gitarre hier ist relativ, ja, ich will nicht sagen extrem flach. Also ihr habt schon ein bisschen was in der Hand. Es ist auch nicht wie bei einer RG oder wie bei einer S-Ibanis, sondern es ist schon ein bisschen dicker. Es wird auch hier oben zu, es ist ein bisschen steifer, wenn ihr nach oben geht. Aber der Hals ist ein recht benutzerfreundlich, ja, ist recht benutzerfreundlich gestaltet. Gitarre ist natürlich komplett lackiert, ist so ein Feature. Ich persönlich stehe mehr auf Gitarren, die hinten so ein bisschen abgewetzt sind, damit es einfach ein bisschen mehr läuft. Trotzdem, ich habe die Gitarre jetzt eine Zeit lang gespielt und ich muss sagen, irgendwann so ab einem gewissen Punkt ist es dann wirklich so, ja, interessiert mich dann irgendwann ehrlich gesagt auch nicht mehr, ob die Gitarre dann wirklich einen lackierten Hals hat oder ein bisschen abgewetzteren Hals oder abgeschliffenen Hals, dass es so ein bisschen mehr flutscht hinten. Naja, egal. Ansonsten sehr, sehr geile Inlays, muss ich sagen, hat die Gitarre. Ja, also wenn ihr euch das mal wirklich anguckt, ihr habt hier richtig coole Abalone-Inlays. Also es sieht obergeil aus. Da lassen sich die Jungs also nicht lumpen, da von Ibanez, da richtig was reinzulegen. Wirkt auch so richtig ein bisschen, wenn man so ein bisschen näher dran geht, so ein bisschen dreidimensional, die Einlagen. Also wirklich eine coole Sache. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache und zwar, ihr habt hier nämlich auch ein Feature dran. Ihr seht hier diese zwei Kippschalter und mit diesen Kippschaltern könnt ihr nämlich jeweils die Pickups nochmal bearbeiten, indem ihr hingeht und beispielsweise, wenn ihr jetzt im cleaneren Bereich unterwegs seid, könnt ihr jetzt hingehen und sagen, Wenn euch die Hamburger Sounds ein bisschen zu fett einfach sind oder zu mittig irgendwo, könnt ihr jetzt hingehen und sagen, okay. Genauso unten. Dann wird das Ganze ein bisschen perkussiver. Das kriegt obenrum ein bisschen andere Glocke, so ein bisschen wie ein Single Coil. Und ist eigentlich auch so ein Feature, dass man auch so von einer traditionelleren Gitarre in der Richtung auch gar nicht so herkennt. Ich meine, Gipsen macht ja mittlerweile auch bei den ganzen neuen Modellen dieses Coil Tapping. Das heißt, da sind sie mittlerweile dem Zeitgeist auch ein bisschen erlegen und haben sich dem so ein bisschen gebeugt. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt hier das Ganze wirklich als Split-Funktion oder als Single Coil-Funktion benutzen. Funktioniert einwandfrei. Ansonsten ist es auch so, die Gitarre ist natürlich vom Design her auch so ein bisschen mehr, auch optisch, ein bisschen an diese ganzen klassischeren, älteren Gitarrenmodelle angelegt. Das heißt, die Gitarre ist jetzt wirklich so, ja, hat so ein bisschen Vintage-Look, muss man schon sagen. Also das hat so nicht mehr diesen typisch modernen Ibane-Stil, sondern ist schon so ein bisschen an diesen ganzen Vintage-Look angelehnt. Jo, ansonsten kommt die Gitarre wirklich sehr, sehr edel daher, auch mit goldener Hardware. Also oben sowohl die Tuner als auch die Pins, die Kappen, die Schräubchen, alles ist in Gold-Hardware gehalten. Das heißt, es macht die Gitarre natürlich auch letzten Endes so ein bisschen von der Optik her auch zu einer bisschen edleren Gitarre. Und ja, was natürlich auch funktioniert, aufgrund dessen, dass natürlich Handbagger dran sind. Ihr könnt natürlich auch mit der Gitarre im High-Gain unterwegs sein, das ist kein Problem, hat jetzt mit der Optik mal nichts zu tun. Ich spiele jetzt nochmal ein bisschen mehr im High-Gain zum Schluss. Und ja, wie gesagt, die Gitarre ist natürlich bei uns im Laden und kommt einfach vorbei und checkt die Gitarre mal selbst an. Und ja, wie gesagt, die Gitarre mal selbst an. Und ja, wie gesagt, die Gitarre mal selbst an. Und ja, wie gesagt, die Gitarre mal selbst an. Und ja, wie gesagt, die Gitarre mal selbst an. Vielen Dank.